Die Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris waren koordinierte, islamistisch motivierte Attentate an fünf verschiedenen Orten im 10. und 11. Pariser Arrondissement sowie an drei Orten in der Vorstadt Saint-Denis. Nach Angaben der französischen Regierung wurden 130 Menschen getötet und 352 verletzt, davon 97 schwer. Außerdem starben sieben der Attentäter in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren Attacken. Zu den Anschlägen bekannte sich die Terroristische Vereinigung Islamischer Staat. Die Angriffsserie am Freitagabend richtete sich gegen die Zuschauer eines Fußballspiels im Stade de France, gegen die Besucher eines Rockkonzerts im Betteclan Theater sowie gegen die Gäste zahlreicher Bascafés und Restaurants. Es handelte sich um mehrere Schusswaffenattentate, ein Massaker mit Geiselnahme sowie sechs Detonationen, die von Selbstmordattentätern mit Sprengstoffwesten ausgelöst wurden. Nach den Attentaten verhängte die Regierung Walz den Ausnahmezustand und rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Präsident François Hollande sprach von einem kriegerischen Akt und kündigte einen entschiedenen Kampf gegen den Terror an. Am 17. November 2015 beantragte Frankreich als erstes Land in der Geschichte der Europäischen Union den Beistand der anderen EU-Staaten im Rahmen der Regelungen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die europäischen Staaten sicherten ihre Solidarität zu. Der mutmaßliche Planer der Anschläge Abdelhamid Apoot starb wenige Tage später bei einer Razzia im Pariser Vorort St. Denis. Kontext Marc Trevidic, einer der französischen Untersuchungsrichter für Terrorstraftaten, äußerte sich Wochen vor der Anschlag-Serie mit Aussagen in einem Interview mit der Zeitschrift Paris Match, wonach Frankreich eines der Hauptziele eines terroristischen Überbietungswettbewerbes sei. Einige Terrororganisationen seien bestrebt eine Art Prigon-Kur des Terrorismus zu gewinnen, indem sie das Ausmaß des 11. September 2001 übertreffen wollten. Dies solle seitens des Anführers des sogenannten islamischen Staates Abu Bakr al-Baghdades bevorzugt in Frankreich geschehen. Frankreich sei für die Terroristen näher und leichter erreichbar und wegen seiner militärischen Präsenz etwa in Mali, Syrien und Irak, sowie wegen der militärischen Unterstützung Israels und der Golfstaaten mittlerweile zu einem bevorzugten Anschlagsziel geworden. Die Justiz sei deutlich überfordert. 1994 brachte eine Gruppierung der GIA den Air France Flug 8969 in ihre Gewalt. Geplant war, das Flugzeug über Paris abstürzen zu lassen. 1995 kam es zu einer Anschlagsserie in Paris mit Attentaten in Zügen der Pariser Metro und dem RER ebenfalls durch die GIA. Im Dezember 1996 folgte der Anschlag im Pariser Bahnhof Port Royal. Die Terroranschläge am 13. November 2015 bildeten die zweite größere Terrorattacke in Frankreich in elf Monaten nach dem Angriff auf die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo und der Geiselnahme an der Porte de Vessen am 7. Januar 2015. Der Terroranschlag von St. Quentin Falavir am 26. Juni 2015 wurde von einem Einzelgänger begangen. Eine Reihe weiterer Attentate konnten im Vorfeld verhindert werden. Beim versuchten Anschlag im Talieszug 9364 am 21. August 2015 konnte ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Attentäter durch zufällig anwesende amerikanische Soldaten überwältigt und ein mögliches Blutbad verhindert werden. In der Region Paris galt seit dem 7. Juli 2005 dem Tag der Terroranschläge in London die höchste Terrorwarnstufe des Plan Vigi Pirat. Am 15. November 2015 betonte ein Vertreter des irakischen Geheimdienstes, dass die französischen Behörden entsprechende reichlich vage Warnungen am Tag vor den Anschlägen aus dem Irak bekommen haben. In der Presse wurden Warnungen des Iraks vom 25. September 2015 zu geplanten Terroranschlägen auf die Metro in Paris bekannt. Die Anschläge vom 13. November in Paris sollen vom Führer des islamischen Staates Abu Bakr al-Baghdadi selbst befohlen und in der Is-Hochburg Arekka in Syrien geplant und koordiniert worden sein. Nach den irakischen Geheimdienstinformationen sollen angeblich mindestens 24 Menschen, darunter 19 Angreifer, an den Anschlägen beteiligt gewesen sein. Militärisches Eingreifen Frankreichs im Nahen Osten Die französische Luftwaffe interveniert in der Operation Kamal seit Oktober 2014 im irakischen Bürgerkrieg im Rahmen der von den Vereinigten Staaten geführten Allianz gegen den Is im Irak. Die Luftangriffe werden seit dem 27. September 2015 auf Einrichtungen des Is in Syrien erweitert. Regierungssprecher Stefan Lefoy kündigte am 13. November 2015 an, dass ein Flugzeugträgergeschwader mit der Charles de Gaulle am 18. November 2015 den Marienestützpunkt Thulon in Richtung Persischer Golf verlassen werde, um sich ab Mitte Dezember 2015 am Kampf gegen den Is zu beteiligen. Damit stationiert Frankreich 38 Militärflugzeuge in der Region, davon 12 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Jordanien. Am 12. November 2015 wurde der führende Is-Terrorist Jihadi John nach Aussagen des US-Verteidigungsministeriums mit einem Drohneneinsatz in Arekje getötet und die Besetzung Sinchas im Irak durch kurdische Truppen beendet. Französische Flugzeuge verstärkten die Bombardierung von Gebieten des Is in Syrien, darunter am 15. November 2015 abends ein Ausbildungslager und ein weiteres Camp in Arekje, das als Kommandozentrale und Waffenlager diente. Am 29. Oktober 2015 hat der französische Geheimdienst offenbar einen Anschlag des islamischen Staates auf Soldaten der französischen Marine am Marine Stützpunkt in Toulon vereitelt, erklärte der französische Innenminister Bernard Katzenhoeff am 10. November 2015. Ein 2-5-Jähriger wurde verhaftet und am 3. November wegen der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und Terrorismus angeklagt. Einen Tag vor dem Anschlag in Paris verübte der islamische Staat einen Terroranschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut im Feierabendverkehr, vor einer Bäckerei und einer Moschee. Neben den zwei Selbstmordattentätern starben weitere 47 Menschen und über 230 wurden verletzt. Ein Flugzeugabsturz am 31. Oktober 2015 auf der Sinai-Halbinsel wurde vom Is für sich in Anspruch genommen und bislang nicht eindeutig zugeordnet. Am Tag der Anschläge von Paris ist in Istanbul ein ebenfalls großer Anschlag verhindert worden, teilten türkische Behörden mit. Am 13. November 2015 seien fünf Verdächtige festgenommen worden, darunter ein enger Vertrauter des britischen Is-Kämpfers Mohamed Mwesi, teilte die türkische Regierung mit die davon ausging, dass der Anschlag in Istanbul am selben Tag wie die Anschläge in Paris geplant gewesen sei. Am 20. November 2015 erfolgte ein Anschlag auf das Reddessen-Blue-Hotel im Mali-Schen bei Mako, bei dem mindestens 20 Menschen ums Leben kamen. Am 22. März 2016 wurden in Brüssel Sprengstoffanschäge mit 35 Toten und mehr als 300 Verletzten durchgeführt. Mehrere der Verdächtigen werden auch mit den Anschlägen in Paris in Verbindung gebracht. Vermutlich handelte es sich bei den Attentätern um Mitglieder derselben Terrorzelle. Nach Angaben der Brüsseler Staatsanwaltschaft war ein erneuter Anschlag in Paris geplant. Aufgrund der Fortschritte bei den Ermittlungen hätten sich die Terroristen kurzfristig umentschieden. Chronologischer Verlauf laut Staatsanwaltschaft 21.20 Uhr Sternchen Die erste Detonation am Stade de France während eines Freundschaftsspiels zwischen der französischen und der deutschen Fußballnationalmannschaft 21.25 Uhr in der RUE Alibad fallen Schüsse in der Bar Le Carillon und im Restaurant Le Petit Cambodge, bei denen 15 Menschen getötet werden. 21.30 Uhr Sternchen Die zweite Detonation am Stade de France 21.32 Uhr in der RUE du Fobodou-Tempel und der RUE de la Fontenaureu werden Schüsse abgefeuert. Durch die auf den Terrassen des Café Bonnebiere und der Pizzeria La Casa Nostra fünf Menschen sterben. 21.36 Uhr in der RUE de Charonne in der Bar Labelle Equip fallen minutenlang Schüsse, bei denen 19 Menschen getötet werden. 21.40 Uhr Ein Terrorist sprengt sich auf dem Boulevard Wolte auf der der Place de la Republiek gegenüberliegenden Seite in die Luft. 21.40 Uhr Schwerbewaffnete Angreifer stürmen die Konzerthalle Betteclin. Dort sterben mindestens 89 Menschen. 21.53 Uhr Die dritte Detonation am Stade de France 0.20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stürmen das Betteclin. Ablauf an den verschiedenen Tatorten Stade de France Im Stade de France fand vor rund 80.000 Zuschauern das Freundschaftsspiel zwischen der französischen und der deutschen Fußballnationalmannschaft statt. Einige Stunden vor dem Anpfiff hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft wegen einer Bombendrohung gegenüber dem Hotel Molitor Paris im 16. Arrondissement ihr Mannschaftshotel vorübergehend verlassen müssen. Bei der Sportveranstaltung, die per Direktübertragung in 66 Ländern ausgestrahlt wurde, waren Staatspräsident François Hollande und der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier anwesend. Einer der drei Selbstmordattentäter versuchte am Eingangstor D in der Avenue Jules Rimet 15 Minuten nach Spielbeginn ins Stadion zu gelangen. Ein Sicherheitsmann kontrollierte den Täter und entdeckte eine Sprengstoffweste, woraufhin der Attentäter flüchtete. Laut Spielaufzeichnung zündete er um 21.17 Uhr die Bombe außerhalb des Stadions und riss dabei einen Passanten mit in den Tod. Der Attentäter führte einen gefälschten syrischen Pass mit sich, der am 3. Oktober 2015 in Griechenland registriert worden war. Die wahre Identität des Mannes ist bislang unbekannt. Ein zweiter Pass, der nach den Anschlägen am Stadion gefunden wurde, gehörte einem ägyptischen Opfer des Sprengstoffanschlages. Der zweite Selbstmordattentäter am Stadion versuchte am Toreingang H in das Innere zu gelangen. Kurz darauf sprengte sich dieser in die Luft. Dieser Attentäter war am 3. Oktober 2015 in Griechenland registriert worden. Seine Identität ist bislang ebenfalls unbekannt. Um 21.36 Uhr erhielt der französische Innenminister Bernhard Katzenöf die Mitteilung des Polizeipräfikten, dass es sich um Anschläge handele. Der dritte Selbstmordattentäter war Bilal Hartfei. Er befand sich 300 Meter abseits des Stadions vor einer McDonalds-Filiale an der Straßenkreuzung zwischen der RUE des Tremisch und der RUE de la Kokerie und zündete seinen Sprengstoffgürtel um 21.52 Uhr, wobei keine weiteren Menschen ums Leben kamen. Alle drei Detonationen waren im Stadion wahrnehmbar. Die beiden ersten sind in der Fernsehübertragung zu hören. Die meisten der befragten Stadionbesucher gaben an, die Geräusche auf Feuerwerkskörper zurückgeführt zu haben. Während Hollande in der Halbzeitpause das Stadion verließ und ins Innenministerium fuhr, nahm Steinmeier in der zweiten Halbzeit seinen Platz auf der Ehrentribüne wieder ein. Das Spiel wurde fortgesetzt, um eine größere Panik zu vermeiden. Zeitweise waren während der zweiten Spielhälfte die Ausgänge des Stadions abgeriegelt. Nach Spiellende wurden die Zuschauer geordnet aus dem Stadion geleitet. Da nicht alle Ausgänge geöffnet waren, strömten viele auf das Spielfeld. Beide Nationalmannschaften verblieben nach dem Spiel im Stadion. Die französische Mannschaft wurde in den frühen Morgenstunden nach Cléfontaine-en-Yvelines zum Leistungszentrum der Fédération Française d'Football gefahren. Die deutsche Mannschaft verbrachte die ganze Nacht im Stadion. Die französischen Kollegen leisteten ihnen zeitweilig Gesellschaft. Die Spieler wurden am Morgen direkt zum Flughafen gebracht. Eine Cousine des französischen Nationalspielers Lassana Diara, der am Abend bei dem Spiel gegen Deutschland teilnahm, zählt ebenfalls zu den Todesopfern. R.U.E.Bichet, Ballet Carillon und Restaurant Le Petit Cambodge Die Angreifer hielten gegen 21.25 Uhr in einem schwarzen Seat-Leon an der Kreuzung R.U.E.Bichet und R.U.E.Alibert im 10. Arrondissement. Zunächst feuerten sie mit Kalaschnikow-Sturmgewehren auf die Außenplätze der Bar Le Carillon in der R.U.E.Alibert 18, anschließend auf das gegenüberliegende kambodschanische Restaurant Le Petit Cambodge in der R.U.E.Alibert 20. Insgesamt starben an diesem Ort mindestens 15 Personen, 10 weitere wurden verletzt. Nach der Tat fuhren die Attentäter über die R.U.E.Bichet zum 400 Meter entfernt liegenden nächsten Tatort. R.U.E.D. La Fontaine-Au-Roy, Café Bonnebiere und Restaurant La Casa Nostra um 21.32 Uhr hielten die Angreifer erneut an einer Straßenkreuzung und erschossen dort einen Mann in seinem Fahrzeug. Danach feuerten sie auf das Café Bonnebiere in der R.U.E.Alibert im 4.Budu Tempel 32, in dem drei Personen starben. Anschließend feuerten sie in den benachbarten Waschsalon Lavatronic. Und schließlich beschossen sie das gegenüberliegende italienische Restaurant La Casa Nostra in der R.U.E.D. La Fontaine-Au-Roy 2. Wobei eine Person ums Leben kam. Acht weitere Personen wurden schwer verletzt. Als der Schütze am Ende einzelne Überlebende auf der Terrasse exekutieren wollte hatte seine Waffe eine Ladehemmung. Er stieg daraufhin zurück in das Fahrzeug, welches den Tatort über die R.U.E.D. La Fontanao verließ. Aus dem fahrenden Auto heraus wurde eine weitere Person erschossen, R.U.E.D. Charonne. Um 21.36 Uhr schossen die Angreifer in der R.U.E.D. Charonne 92 wieder aus ihrem Fahrzeug. Sie feuerten in die Bar Labelle Equip und töteten dabei 19 Menschen. Neun weitere Personen wurden schwer verletzt. Boulevard Voltaire, Café Courtois Voltaire Um 21.40 Uhr sprengte sich der Selbstmordattentäter Ibrahim Abdeslam im Café Courtois Voltaire am Boulevard Voltaire 253 im 11. Arrondissement in die Luft nachdem er eine Bestellung aufgegeben hatte. Die Bombe detonierte unvollständig und verletzte 15 Personen eine davon schwer. Der Tatort liegt rund 900 Meter von der Bar Labelle Equip entfernt. Der schwarze Seat Lyon wurde später an der etwa vier Kilometer entfernten Metrostation Colt de Chavot abgestellt. Massaker im Betteclen Theater im Betteclen Theater am Boulevard Voltaire 50 im 11. Arrondissement gab die US-amerikanische Rockband Eagles of Death Metal am Abend ein Konzert vor etwa 1500 Konzertbesuchern. Gegen 21.50 Uhr stiegen Amima, Mostefey und Angad vor dem Theater aus einem VW-Polo, beschossen unvermittelt zwei junge Männer auf Leihfahrrädern und drängen durch die Bar und den Merchandising-Stand in das Gebäude ein. Die Angreifer feuerten zunächst ca. 10 Minuten lang mit Kalaschnikow-Sturmgewehren in das Publikum und warfen Handgranaten in die Menge. Schon zu Beginn des Anschlags gab es viele Todesopfer und teilweise schwer Verletzte. Insgesamt wurden im Betteclen Theater mindestens 89 Menschen ermordet. Die Besucher versuchten sich in den Räumen der Halle und auf den Balkonen zu verstecken, manche konnten ins Freie flüchten. Zwei gegen 22.15 Uhr eingetroffenen Polizisten der Brigade Antikrimineleit gelang es Angad zu erschießen. Sie mussten sich zurückziehen und auf eintreffende Verstärkung warten. Die beiden Attentäter Amima und Mostefey begaben sich auf die oberen Ränge, wo sie Geiseln nahmen und sich verbarrikadierten. Die Spezialkräfte der Polizei suchten die Räume ab und befreiten nach und nach die Gäste. Ein Unterhändler der Polizei versuchte vergeblich mit den Attentätern zu verhandeln. Beim Zugriff der Polizeikräfte gegen 0.20 Uhr töteten sich die beiden Terroristen durch Auslösen ihrer Sprengstoffisten. Gegen 0.50 Uhr war die Aktion beendet. Die Mitglieder der österreichischen Vorgruppe White Miles und die Eagles of Death Metal entkamen unverletzt dem Schauplatz des Terroraktes. Ein britisches Crewmitglied, das den Merchandising-Stand betreute, wurde erschossen. Unter den Besuchern des Konzertes befanden sich Musiker der US-amerikanischen Metalband Deftons, die dort ursprünglich am 14. November 2015 auftreten sollten. Sie entgingen dem Blutbad, weil sie kurz nach Beginn des Hauptkonzerts den Saal verließen. Erste Bilanz Opferzahlen durch die Anschlagsserie wurden mehr Personen getötet als bei jedem anderen Terrorakt in Europa seit den Matreda-Zuganschlägen vom 11. März 2004. Die französische Regierung zählte 130 Tote und mehr als 350 Verletzte, darunter 97 Schwerverletzte. Es handelte sich um die ersten Selbstmordattentate in Frankreich. Der Terrorismus-Experte Michael Leiter sprach von einem Game-Changer für die westliche Welt. Die Attacken seien in ihrem Komplexitätsniveau nur mit den Anschlägen vom 26. November 2008 in Mumbai vergleichbar. Bruce Hoffmann, Direktor des Center for Security Studies an der Georgetown University, weist darauf hin, dass Osama Bin Laden im Jahr 2010 Al-Qaida-Zellen dazu aufgerufen hatte, Anschläge im Stile der von Mumbai zu wiederholen. Dem ist gelinge nun, woran die Al-Qaida damals gescheitert sei. In Deutschland wurde von Sicherheitsexperten unter anderem auf die mit der Anschlagsserie verbundene ausgefeilte Medienstrategie verwiesen. Ähnlich wie in Indien würde die Medien Aufmerksamkeit möglichst lange einbezogen und zur Verbreitung von Angst genutzt. Die Gewerkschaft der Polizei forderte umfangreichere Überwachungskompetenzen. Nach den Anschlägen sieht der französische Untersuchungsrichter für Terrorstraftaten Marc Trevidic wesentliche Treiber in IS-Rückkehrern aus Syrien, die mit einer bis dato nicht gekannten technischen Ausstattung versehen seien. Unter anderem aufwendigen und verlässlichen Sprengstoffwesten und der zugehörigen Technologie. Die Kombination aus gut ausgebildeten zum koordinierten selbstmordbereiten Attentäter-Teams sei neu. Es sei falsch, im Westen nur mit Einzeltätern zu rechnen. Das Umfeld der identifizierten Terroristen müsse nun schnell erfasst und analysiert werden. Der Politikwissenschaftler Peter Neumann sieht eine dramatische Änderung der Taktik nicht unbedingt der Strategie, die seit einiger Zeit U.A. auf Europa zielte. William M. C. C. Arns von der Brookings Institution zufolge habe der IS sich von einem lokal begrenzten Dschihad hin zu einer Global-Kämpfinden-Organisation verändert. Wie beim Kampf in Syrien und Irak habe der IS in Paris mit den Mitteln einer Stadt Geria operiert. Zayjan Gohl vom Londoner Think Tank Asia Pacific Foundation sieht die Anschläge in Paris als wichtige Wegscheide. Nach den Angriffen gegen die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania 1998 und der USS Cole 1999 hatten die Amerikaner Bodeneinsätze vermieden und sich auf Luftschläge verlassen. Erst nach den Anschlägen in New York 2001 wurde die Infrastruktur der Al-Qaida in Afghanistan systematisch angegriffen und zerstört. Ein entschiedenes Vorgehen mit Bodentruppen wie aktuell bei der Eroberung des von Jesiden besiedelten Sinshah im irakischen Kurdengebiet gegen. Die terroristische Infrastruktur sei geboten, weil sonst mit einer weiteren Eskalation von Anschlägen im Westen nach dem Management of Savagery zu rechnen sei. TED Begründung im Bekennerschreiben Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich am 14. November 2015 in einer im Internet auf Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch veröffentlichten Erklärung zu den Anschlägen. In der Erklärung werden die Anschläge als gesegneter Kriegszug auf das kreuzzüglerische Frankreich bezeichnet. Der Erklärung ist ein Zitat aus dem Koran vorangestellt, das sich auf die Vertreibung des jüdischen Stamms der Banu en Nadir im Jahr 627 durch Mohammed bezieht. Paris wird in der Erklärung als Hauptstadt der Unzucht und des Lasters bezeichnet, die Angreifer als gläubige Gruppe der Armee des Kalifats gepriesen. Der Islamische Staat begründete das Attentat auf das Konzert im Betteclen damit, dass sich dort hunderte Götzendiener in einer perversen Feier versammelt hätten. Das Theater, das bis vor kurzem jüdische Eigentümer hatte, war früher massiv bedroht worden. Die Terroristen attackierten mit dem Stadion und dem Betteclen Orte, bei denen ansimilierte Muslime Anerkennung in Frankreich gewonnen hatten. Die französische Fußball-Nationalmannschaft gilt als Vorzeigebeispiel für erfolgreiche Integration von Migrantenkindern. Im Betteclen sind unter anderem Bands wie Max Solar, Screen Connection, Seyou, Jusufa und Oxmo Puccino regelmäßig aufgetreten, die Popularität weit über ihre Wurzeln in den Banliü-Errungen hatten. Die Anschlagsziele waren keine touristisch relevanten Symbole der Grandeur Frankreichs wie der Arc des Triomphe oder der Louvre. Die Terroristen wählten bei den Einheimischen beliebte ehemalige Quartiers Popules, also kleine Leute Viertel, die mittlerweile zum Ausgehviertel der Bourgeoisen Bohemians geworden sind und trafen damit laut dem Leitartikel des Spiegels zu den Anschlägen die Mitte der französischen Gesellschaft.